Seit 35 Jahren beschäftige ich mich mit dem Verhalten von Menschen und Hunden. Immer wieder ist mir aufgefallen, dass Hunde für ihre Menschen funktionieren müssen und dadurch Verhaltensauffälligkeiten entstehen, die beide Spezies immer weiter voneinander entfernen. Viele Hunde sind zu reinen Befehlsempfängern und Kommando-Junkies geworden. Viele Hunde haben ihren Stolz und ihre hündische Würde verloren und funktionieren nur noch in der Welt der Menschen. Ich erhebe meine Stimme für die Hunde und sensibilisiere Menschen für ihr Verhalten. Ich erschaffe eine Brücke für mehr Verständnis zwischen Menschen und Hunden. Durch meine langjährige Erfahrung und meine unzähligen Coachings bin ich zum Übersetzer zweier Spezies geworden, die den harmonischen und intuitiven Umgang miteinander verlernt haben. Es ist meine Aufgabe und meine Pflicht, als Schüler der Hunde zum Trainer der Menschen zu werden und die Ursachen für instabile Mensch-Hund-Beziehungen aufzudecken und eine harmonische Bindung herzustellen. Säule für Säule gehen wir nun gemeinsam in eine Richtung. Lasst uns die Veränderung sein. Mein Ziel ist eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung voller Leichtigkeit, Respekt, Liebe und Verständnis. Und genau deshalb habe ich dieses Buch für euch geschrieben. Die 10 Säulen einer harmonischen Mensch-Hund-Beziehung. Ein Wegweiser für Menschen und Hunde. Ein Wegweiser für Weggefährten. 씨робie- vorbereitet. that brand new beomb quase phone e impression Untertitelung des ZDF, 2020